Hallo, ich bin Mario, ich bin Produkttrainer bei Stihl. Ich darf Ihnen heute die weltweit erste Motorsäge mit elektronischer Einspritzung vorstellen, die MS 500i. Die Motorsäge verfügt über einen Hubraum von 79,2 Kubikzentimeter bei einer Leistung von 5 kW, sprich 6,8 PS. In nur 0,25 Sekunden beschleunigt sie die Kette auf 100 kmh Geschwindigkeit und überzeugt mit dem besten Leistungsgewicht auf dem Markt. Leichtbau und Perfektion sorgen für maximale Leistung bei bester Ergonomie. Geringes Gewicht durch gewichtsoptimierte Bauteile wie zum Beispiel Lüfterrad als auch der Kettenraddecke ermöglichen kräfteschonendes Arbeiten und ein dynamisches Schwenkverhalten. Die MS 500i verfügt über eine sensorische Kraftstoffdosierung. Das Gemisch wird automatisch durch die verbaute Sensorik ab dem ersten Start und während des Betriebs optimal eingestellt. Die MS 500i hat einen optimierten Startvorgang. Wir brauchen keine Startposition mehr, es geht nur noch purgen, ziehen, fertig. Die MS 500i ist weltweit die erste Motorsäge mit Injection. Es bedeutet natürlich, dass wir weiterhin einen Zweimixmotor verbaut haben, der durch ein Kraftstoffölgemisch entsprechend geschmiert werden muss. Bei der Erstbetankung wird Kraftstoffölgemisch in den Tank gebracht und mit dem Perger mit mindestens acht Hüben in das System eingepumpt. Damit liegt an der Einspritzdüse Kraftstoff an. Zu viel gepumpter Kraftstoff wird über ein Überlastventil wieder automatisch zurück in den Kraftstofftank gebracht. Bei der MS 500i ist, wie bei allen Profimotorsägen, ein HD2-Filter verbaut. Der Vorteil des HD2-Filters ist, dass wir deutlich feiner Material abfiltern. Das bedeutet natürlich auch, dass wir entsprechend mit geeigneten Mitteln reinigen müssen. Hierzu wird der Filter entnommen. Die Chrombestandteile kann ich ausklopfen bzw. mit einem Pinsel beseitigen. Danach kann man den Filter zum Beispiel mit VarioClean einsprühen, lässt das Material kurz einwirken. Damit lösen wir zum Beispiel auch Bestandteile, die uns Harz auf den Filter bringt und für ein Verkleben sorgt. Die MS 500i ist ideal geeignet für die Ernte bzw. den Holzeinschlag von mittelstarken bis starkem Holz, das Entasten und Ablenkschnitte. Mehr Informationen zur MS 500i finden Sie auf der Stihl-Webseite. Natürlich können Sie uns Ihre Fragen auch in den Kommentaren stellen. Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren, dieses Video liken und freuen uns auf ein Wiedersehen und Tschüss!